Journalistin und Schriftstellerin Der niederländische Minister Bolke Stein hält von England aus eine Rede im Radio. Briefe und Tagebücher sollen nach dem Krieg eingesammelt werden, hat er gesagt. Das freut die Untergetauchten natürlich sehr. Annes Tagebuch steht plötzlich im Mittelpunkt. Alle finden die Idee interessant, ein Buch über das Hinterhaus. Es wird lustig sein, es zehn Jahre nach dem Krieg zu lesen, schreibt Anne, wie wir Juden hier gelebt, gegessen und geredet haben. Die Rede des Ministers stimmt Anne nachdenklich. »Ich wußte nicht mehr, wofür ich das tat«, schreibt sie, »das Kriegsende schien mir noch so weit weg. Aber jetzt denke ich anders darüber. Ich muß arbeiten, um Journalistin zu werden. Das will ich werden. Ich will nicht leben wie meine Mutter oder wie Frau van Pels. Ich muß etwas anderes haben neben Mann und Kinder. Ich will über meinen Tod hinaus weiterleben. Aber Anne will nicht nur Journalistin werden. Sie will auch eine berühmte Schriftstellerin werden. Nach dem Krieg will sie auf jeden Fall ein Buch herausgeben. Es soll den Titel bekommen, »das Hinterhaus«, »dafür kann ich mein Tagebuch benutzen«, schreibt sie. Sie fängt mit den Vorbereitungen an, sie überträgt einen Teil ihres Tagebuchs auf lose Papierbögen. Einige Abschnitte schreibt sie ganz neu, andere Teile lässt sie weg, weil sie ihr zu kindlich oder zu intim sind. Der Brief Anne entschließt sich dazu, mit ihrem Vater über Peter zu reden. Sobald sie alleine sind, sagt sie zu ihm, »Papa, wenn Peter und ich zusammen sind, dann sitzen wir weniger als einen Meter auseinander. Findest du das schlimm?« Annes Vater sagt zunächst, er findet das nicht schlimm. Aber am nächsten Tag ändert er seine Meinung. Er findet, dass Anne Abstand halten muss. Er findet, Anne sollte nicht so oft zu Peter gehen. »Männer sind in solchen Dingen immer aktiver«, sagt er. »Frauen können sie bremsen.« Er möchte, dass Anne nicht mehr jeden Abend zu Peter geht. Aber Anne will dem Vater nicht gehorchen. »Ich bin gerne bei Peter, und ich vertraue ihm«, schreibt sie. »Nein, ich gehe.« Annes Vater ist darüber nicht glücklich. Er ging davon aus, dass Anne auf ihn hören würde. Aber das tut sie nicht. Anne ist sehr verärgert, weil sie jetzt auch noch vom Vater zurechtgewiesen wird. Sie schreibt ihm in ihrer Wut einen Brief. Sie schreibt, dass sie ihm das nur erzählt hat, weil sie nichts verheimlichen wollte. Und dass sie selbst sehr gut weiß, was in Ordnung ist und was nicht. Sie schreibt, dass sie sich seit Jahren ganz alleine fühlt. Dass andere ihr nie geholfen haben. Dass sie alles aus eigener Kraft schaffen mußte. Und dass er sie nicht wie ein kleines Kind behandeln kann. Sie sei zwar vielleicht erst vierzehn, aber durch die ganzen Umstände sei sie eigentlich viel älter. Sie steckt den Brief in die Jackentasche ihres Vaters. Annes Vater ist sehr traurig über den Brief. »Ich habe schon viele Briefe in meinem Leben bekommen«, sagt er zu Anne. »Aber das ist der häßlichste. »Du hast so viel Liebe von deinen Eltern bekommen. Und du fühlst dich allein. Nein, Anne, das haben wir nicht verdient.« Anne bereut es furchtbar, den Brief geschrieben zu haben. »Ich war viel zu stolz auf mich selbst«, schreibt sie. »Es ist gut, daß ich wieder auf dem Boden zurückgeholt werde. Ich werde mir Vater als Vorbild nehmen. Und ich werde versuchen, ein besseres Mensch zu werden.« Elend Anne ist sehr erschrocken. »Das ist die umgekehrte Welt«, schreibt sie, »die guten Menschen werden ins Konzentrationslager geschickt, und die schlechten regieren, über Jung und Alt, über Arm und Reich.« »Sie werden den Gemüsehändler sehr vermissen. Denn von nun an werden sie noch weniger zu essen bekommen, kein Frühstück mehr, zum Mittag nur Brei und Brot und abends Bratkartoffeln.« Anne weiß sehr gut, diejenigen, die ihnen helfen, sind auch in Gefahr. »Sie tragen große Verantwortung«, schreibt sie. »Vielleicht wäre es besser gewesen, wir wären nicht untergetaucht. Dann wären wir tot und müssten wir dieses Elend nicht ertragen. Unsere Beschützer wären dann nicht in Gefahr.« Anne zweifelte auch an Peter. »Er ist doch anders, als sie gedacht hat. Vor kurzem hat er gesagt, daß er später vielleicht Verbrecher werden will. Anne weiß, daß es nur ein Scherz war, aber trotzdem.« Sie erkennt jetzt, daß Peter gerne ein einfaches Leben will. Er hat auch schon mal gesagt, lieber kein Jude sein zu wollen. Das hat Anne auch verletzt, denn für sie selbst ist jüdisch sein sehr wichtig. »Wir können nie nur Niederländer oder Engländer sein«, schreibt sie. »Wir bleiben darüber hinaus auch immer Juden. Und das wollen wir auch bleiben.« »Invasion« »This is G.J.« ist im englischen Radio am 6. Juni 1944 zu hören. »Endlich, endlich die Invasion!« Die Untergetauchten haben sehr lange auf diesen Moment gewartet. »156.000 Soldaten aus England, den USA und Kanada landen an der französischen Küste.« Sie liefern sich heftige Kämpfe mit deutschen Soldaten. Im Hinterhaus herrscht Aufregung. Währt 1944 das Jahr des großen Siegs. Geht dieser furchtbare Krieg jetzt endlich zu Ende? Anne denkt, daß sie im September vielleicht wieder zur Schule gehen kann. Inzwischen feiert Anne zum zweiten Mal ihren Geburtstag im Hinterhaus. Sie ist jetzt fünfzehn. Sie bekommt Bücher, Unterwäsche und ein paar Leckerbissen, Joghurt, ein Glas Marmelade, zwei kleine Honigkuchen, drei Scheiben Käse. Vom Peter bekommt sie einen großen Strauß Pfingstrosen. Miep hat die Blumen für ihn gekauft. Anne freut sich sehr über alle Geschenke. Gut einen Monat später gibt es wieder gute Nachrichten. Ein Anschlag auf Hitler. Ein junger deutscher Offizier hat versucht, den Führer zu ermorden. Aber leider ist der Anschlag fehlgeschlagen. Anne denkt viel nach über Peter. Sie weiß genau, daß sie ihn erobert hat, und nicht umgekehrt. Sie sah ihn als stillen, lieben Jungen. Sie wollte einen Freund und machte aus ihm ihr Wunschbild. Schließlich erwiderte er ihre Gefühle. Wir haben über die intimsten Dinge geredet, schreibt Anne. Sie findet jetzt, daß das eigentlich nicht in Ordnung war. »Ich habe versucht, ihm durch Intimität näher zu kommen,« schreibt Anne. »Jetzt mag er mich jeden Tag mehr. Das spüre ich sehr gut.« Sie wollte Peter unbedingt an sich binden. »Nun hält er sich an ihr fest, und eigentlich würde sie ihn gerne wieder loslassen.« Anne hat immer noch Probleme mit den Erwachsenen im Hinterhaus. »Wenn ich still und ernsthaft bin,« schreibt sie, »glauben Sie, ich spiele Theater.« »Und dann lacht sie wieder und tut so, als wäre sie fröhlich.« »Anne möchte so gerne anders sein.« »Sie will unbedingt zeigen, daß sie auch ernst sein kann.« Bilder Otto Frank Anne bereut es sehr, den Brief an ihren Vater geschrieben zu haben. »Küche im Hinterhaus.« »Hier kochen die Untergetauchten ihr Essen.« »Für die Helfer wird es immer schwieriger, Lebensmittel für das Hinterhaus zu kaufen.« Ende der Bilder Verrat Freitag Freitag, der 4. August 1944 ist ein Tag wie jeder andere. Im Lager und im Büro wird gearbeitet. Im Hinterhaus gehen die Untergetauchten still ihrer Beschäftigung nach. Es ist ein schöner, warmer Sommertag. Um halb elf hält plötzlich ein Auto vor Nummer 263 an der Prinzengracht. Niederländische Polizisten steigen aus. Ein SS-Soldat übernimmt die Führung. Sie betreten das Lager von Opekta. Jemand hat die deutsche Polizei angerufen. Dort wohnen Juden. Man hat sie verraten. Die Polizisten öffnen den Drehschrank. Sie gehen mit gezogenen Waffen ins Hinterhaus. Alle Untergetauchten müssen sich versammeln. Der SS-Soldat reißt die Tasche von Annes' Vater an sich. Er schüttet den Inhalt aus. Annes' Tagebuch, ihre Hefte und vollgeschriebenen Blätter fallen auf den Boden. Die Polizisten stecken allen Schmuck in die Tasche. Dann müssen alle im Hinterhaus mitkommen. Sie dürfen zuerst noch eine Tasche einpacken. Johannes Kleimann und Viktor Kugler werden auch festgenommen. Die Polizisten lassen Miep Gies in Ruhe. Beb Voskel ist nicht mehr da. Denn Kleimann hat sie gebeten, Besorgungen zu machen. Die Polizei hat sie gehen lassen. Annes' Vater findet es schrecklich, dass Kleimann und Kugler auch mit müssen. Aber Kleimann beruhigt ihn. Er bereut es nicht, der Familie geholfen zu haben. Sobald alle weg sind, schauen Miep und Beb im Hinterhaus nach. Die Deutschen haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Auf der Suche nach Geld und Schmuck. Auf dem Boden liegt Annes' Tagebuch. Sie sammeln die Hefte und losen Blätter ein. Miep legt sie in eine Schublade ihres Schreibtisches. Ein paar Tage später wird das Hinterhaus leer geräumt. Alles, was den Juden gehört hat, wird meistens nach Deutschland gebracht und an deutsche Familien verteilt. Weg Nach über zwei Jahren sind die Untergetauchten wieder im Freien. »Natürlich ist es fürchterlich, dass sie festgenommen wurden.« »Aber Anne genießt es, draußen sein zu können.« »Auch im Zug nach Westerbork ins Lager schaut sie immer nach draußen.« »Die Wiesen, die abgeernteten Getreidefelder.« »Sie hat so lange ohne all das leben müssen.« »In Westerbork werden sie getrennt von den anderen eingesperrt.« »Sie werden besonders streng behandelt, weil sie untergetaucht waren.« »Juden, die sich freiwillig gemeldet haben, werden besser behandelt.« »Anne, Margot und ihre Mutter kommen in eine Baracke für Frauen.« »Annes Vater wird in die Männerbaracke gebracht.« »Ab und zu darf er zu Besuch kommen.« »Es ist schon komisch. Aber Anne ist in Westerbork glücklich.« »Im Lager geht es ihnen nicht gut.« »Doch Anne ist erleichtert.« »Sie trifft neue Menschen und redet gerne mit ihnen.« »Ihre Eltern sind dagegen sehr still.« »Sie haben große Angst, dass sie in die Konzentrationslager in Osteuropa gebracht werden.« »Niemand weiß genau, was dort passiert.« »Doch alle befürchten das Schlimmste.« »Am 2. September ist es soweit.« »Die Bewohner des Hinterhauses stehen alle acht auf der Liste.« »Über tausend Menschen müssen am nächsten Tag den Zug richten Osten.« »Der Zug ist überfüllt.« »Und es gibt keine Toilette, nur einen Eimer.« »Nach einer Weile stinkt es fürchterlich.« »Die Menschen stehen dicht gedrängt beieinander.« »Es gibt keinen Platz, um sich hinzusetzen.« »Anne und Margot haben noch Glück.« »Sie können sich an ihre Eltern anlehnen.« »Einige Gefangene haben Geld und Schmuck in den Kleidern versteckt, aber die deutschen Soldaten nehmen es ihnen unterwegs weg.« »Die Reise dauert lang, drei Tage und Nächte.« »Manchmal hält der Zug an.« »Dann dürfen die Gefangenen kurz nach draußen.« »Sie können etwas trinken und den stinkenden Eimer leeren.« »Aber dann geht es wieder weiter.« »Schnell stinkt es wieder fürchterlich.« »Und dann hält der Zug zum letzten Mal.« »Sie sind in Auschwitz, dem großen Vernichtungslager in Polen.« »Auch dieses Land haben die Deutschen besetzt.« »Die Gefangenen müssen ihr Gepäck im Zug lassen.« »Frauen müssen sich auf der einen Seite aufstellen, die Männer auf der anderen Seite.« »Annes Vater sieht seine Frau und seine Töchter zum letzten Mal.« »Den Blick in Margots Augen werde ich nie vergessen«, erzählt ihr später.« »Auschwitz« »Naziärzte schauen sich die Gefangenen einzeln an.« »Alte und Mütter mit kleinen Kindern werden nach links geschickt.« »Sie gehen direkt in die Gaskammer.« »Die Gaskammern sehen aus wie große Duschräume.« »Aber aus den Duschköpfen kommt kein Wasser.« »Aus Löchern in der Decke strömt Giftgas.« »Die Gefangenen wissen das nicht.« »Sie denken, dass sie sich duschen können.« »Alle müssen sich ausziehen, bevor sie den Duschraum betreten.« »Bald schon sind alle tot.« »Sie liegen übereinander auf dem Boden.« »Andere Gefangene müssen die Leichen wegbringen.« »Die Toten werden im Krematorium verbrannt.« »Andere Frauen und Männer müssen nicht in die Gaskammer.« »Sie kommen in einen echten Duschraum.« »Dort müssen sie sich ausziehen und werden kahl geschoren.« »Danach wird ihnen eine Nummer auf dem Arm tätowiert.« »Die Gefangenen haben es in Auschwitz sehr schwer.« »Tagsüber müssen sie oft Steine schleppen und stundenlang in der Kälte stehen, um gezählt zu werden.« »Sie bekommen nur ganz wenig zu essen, Kohlsuppe und ein bisschen Brot.« »Die Waschräume und Toiletten sind schmutzig.« »Viele Gefangene werden dadurch krank.« »Doch Medikamente gibt es nicht.« »Manche sind bald zu krank zum Arbeiten.« »Sie landen sofort in der Gaskammer.« »Tag und Nacht sieht man die Flammen des Krematoriums.« »Tag und Nacht werden dort Leichen verbrannt.« »Annes Vater, Herr van Pels, Peter und Herr Pfeffer wohnen im Männerlager.« »Sie müssen den ganzen Tag Gräben ausheben.« »Eines Tages quetscht sich Herr van Pels den Daumen.« »Daran wird er letztendlich sterben.« »Er kann nicht arbeiten und bleibt in der Baracke.« »Jeden Tag kontrollieren die Deutschen die Baracken.« »Gefangene, die nicht arbeiten können, werden vergast.« »Peter und Otto Frank sehen, wie Peters Vater zusammen mit anderen Männern weggebracht wird.« »Zwei Stunden später kommt ein Lastwagen zurück, aber nur mit Kleidung.« »Herr van Pels ist das erste Opfer unter den acht Bewohnern des Hinterhauses.« Weg aus Auschwitz »Inzwischen nehmen die Russen immer größere Teile Polens ein.« »Die deutsche Armee muss sich immer weiter zurückziehen.« »Die Nazis beschließen, deshalb die Gefangenen aus Auschwitz wegzubringen.« »Alle Frauen, die noch arbeiten können, müssen nach Deutschland zurück.« »Naziärzte entscheiden, welche Frauen nach Deutschland reisen können.« »Anne, Margot und ihre Mutter kommen auch an die Reihe.« »Nach einander müssen sie sich nackt im grellen Licht einer großen Lampe hinstellen.« »Annes Mutter sieht ihre Töchter zum letzten Mal.« »Sie muss in Auschwitz bleiben.« »Anne und Margot werden in den Zug nach Deutschland gesetzt.« »Die Reise ins Konzentrationslager Bergen-Belsen dauert drei Tage.« »Es ist eine höllische Reise.« »Viele sind ausgehungert und sterben unterwegs.« »Anne und Margot überleben die Reise.« »Doch in Bergen-Belsen ist es nicht viel besser. Die Baracken im Lager sind überfüllt. Sie müssen deshalb in einem Zelt schlafen. Dort ist es kalt. Als das Zelt vom Wind zerrissen wird, müssen sie doch noch in die Baracke.« »Und dort sind schon viel zu viele Frauen untergebracht.« »Im strengen Winter 1944 bis 1945 ist es im Lager nur schwer auszuhalten.« »Die Gefangenen bekommen wenig zu essen und manchmal überhaupt nichts.« »Krankheiten brechen aus.« »Dennoch versuchen Anne und Margot die Hoffnung nicht zu verlieren.« »Anfang Dezember 1944 feiern sie zusammen mit anderen Frauen Chanukka, Sinterklaas und Weihnachten auf einmal.« »Sie singen niederländische Lieder und essen ihr Festmahl altes Brot in kleine Stücke geschnitten.« »Mit ein paar Zwiebeln und gekochten Kohl. Das Brot haben sie tagelang zusammengespart. Für einige Stunden ist ihr Elend fast vergessen.« »Inzwischen wird es in Auschwitz immer kälter. Manchmal sogar 40 Grad unter Null.« »Annes Mutter ist krank geworden. Sie stirbt im Januar 1945.« »Bilder. Das Lager Auschwitz. Kurz nach der Befreiung.« »Bahnhof Amsterdam, Möderport. Mai 1943.« »Jüdische Kinder warten zusammen mit ihren Eltern auf den Zug, der sie nach Westerbork bringt.« »Ende der Bilder.« »Eine alte Freundin.« »Die russische Armee rückt immer näher. Und die Nazis werden nervös.« »Denn Auschwitz muss leer sein, bevor die Russen kommen. Die Nazis flüchten. Die Gaskammern und Krematorien werden mit Dynamit gesprengt. Die russischen Soldaten dürfen nicht entdecken, was in Auschwitz passiert ist. Die Deutschen nehmen alle Gefangenen mit, die noch laufen können.« »Peter van Pels gehört zu ihnen.« »Annes Vater ist zu schwach. Er bleibt im Konzentrationslager.« »Die Lagerwachen wollen die Zurückgebliebenen erschießen. Aber dafür ist keine Zeit mehr.« »Die Russen stehen fast vor dem Tor.« »Eilig verlassen auch die letzten Deutschen Auschwitz.« »Am 27. Januar 1945 marschiert die russische Armee in Auschwitz ein.« »Annes Vater wird befreit.« »Er ist einer der 7650 Überlebenden.« »Frau van Pels ist inzwischen auch in Bergen-Belsen angekommen.« »Sie trifft dort Anne und Margot.« »Später wird sie in einen anderen Teil des Lagers verlegt.« »Zu ihrem Erstaunen trifft sie dort Annes frühere Freundin Haneli.« »Haneli ist ganz überrascht darüber, dass Anne in Bergen-Belsen ist.« »Sie dachte den ganzen Krieg über, dass Anne geflüchtet war und dass sie im Ausland lebt.« »Haneli will sofort zu Anne, aber das ist unmöglich.« »Die verschiedenen Teile des Lagers sind durch Stacheldraht voneinander getrennt.« »Und dazwischen liegen hohe Strohballen.« »Dennoch gelingt es Haneli und Anne, ein paar Mal miteinander zu reden.« »Sie können sich nicht sehen.« »Anne erzählt, dass sie kahlgeschoren und sehr mager ist.« »Haneli geht es ein wenig besser als Anne.« »Beim nächsten Mal nimmt Haneli etwas zu essen und Kleidung für Anne mit.« »Sie werft das Päckchen über die Strohballen hinüber zu Anne.« »Dann hört sie, wie Anne schreit und weint.« »Ein anderer Gefangene hat ihr das Päckchen weggeschnappt.« »Beim nächsten Mal nimmt sie wieder ein Päckchen für Anne mit.« »Dieses Mal bekommt Anne die Kleidung und das Essen.« »Der Kontakt zwischen Anne und ihrer alten Freundin bricht schnell wieder ab.« »Anne muss in eine andere Baracke umziehen.« »Sie kann nicht mehr zum Stacheldrahtzaun kommen.« »Das Ende.« »Das Leben in Bergen-Belsen wird immer schwieriger.« »Kaum etwas zu essen.« »Viel Ungeziefer und Krankheiten.« »Die Kleider sind voller Flöhe und Läuse.« »Anne findet das so widerlich, dass sie all ihre Kleider wegwirft.« »Sie besitzt nur noch eine Decke, in die sie sich wickelt.« »Eine andere Gefangene sucht Kleidung für Anne zusammen.« »Denn es ist Winter und eiskalt.« »Anne und Margot werden krank.« »Sie haben hohes Fieber und Hautausschlag, Fleckentyphus.« »Die Krankheit wurde von den vielen Läusern übertragen.« »Sie bleiben den ganzen Tag im Bett, in der eiskalten, zugigen Baracke.« »Sie haben keine warmen Kleider mehr und zittern ständig.« »Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, wird es noch kälter.« »Tür zu«, rufen sie ständig.« »Denn Anne und Margot liegen nahe beim Eingang.« »Sie sind zu schwach, um aufzustehen und die Tür zu schließen.« »Eines Tages fällt Margot aus dem Bett auf den Steinfußboden.« »Sie kann nicht mehr aufstehen und stirbt.« »Kurz danach stirbt auch Anne.« »Sie sind während des ganzen Krieges zusammengeblieben.« »Ihre Leichen werden zu den vielen anderen auf einen großen Haufen geworfen.« »Es ist März 1945.« »Am 15. April wird das Lager von englischen Soldaten befreit.« »Der Schreck der Soldaten ist groß, als sie das Lager betreten.« »Überall liegen Leichen.« »Sie graben tiefe Gruben für die tausenden Toten.« »Die schmutzigen Baracken werden angezündet, damit sich die Krankheiten nicht noch weiter ausbreiten.« »Bild« »Bild« »Befreite Gefangene in Bergen-Belsen.« »Für Anne und Margot kommen die Befreier zu spät.« »Zurück nach Amsterdam« »Als Anne und Margot sterben, befindet sich Otto Frank bereits seit Wochen in Freiheit.« »Aber er ist noch zu schwach, um die Heimreise anzutreten.« »Erst Ende März ist er stark genug für die Reise zurück in die Niederlande.« »Die Reise dauert sehr lange.« »Vater Frank muss einen großen Umweg machen.« »Denn in großen Teilen Europas wird noch gekämpft.« »Er geht erst nach Russland.« »Dort findet er ein Schiff, das ihn nach Frankreich bringt.« »Auf dieser Reise trifft er eine Frau aus dem Lager in Auschwitz.« »Sie erzählt ihm, dass seine Frau gestorben ist.« »Über seine Töchter erfährt der Vater nichts.« »Er hofft, sie in Amsterdam wiederzusehen.« Am 3. Juni 1945 kommt Otto Frank in Amsterdam an. Er geht sofort zu Mieb und Jan Kies. Die freuen sich sehr, ihn wiederzusehen. Aber auch sie haben noch nichts von Anne und Margot gehört. Sie erzählen von Herrn Kugler und Herrn Kleimann, die ihnen im Hinterhaus geholfen haben. Nach ihrer Festnahme mussten sie ins Gefängnis. Aber jetzt sind sie wieder bei ihren Familien.« »Und auch Bepfoskel geht es gut.« »Doch Herr Pfeffer, Frau van Pels und Peter sind im Konzentrationslager ermordet worden.« Otto Frank sucht überall nach seinen Töchtern. Er gibt eine Anzeige in der Zeitung auf. Er schreibt Briefe an allerlei Organisationen. Und er redet mit Menschen, die in verschiedenen Konzentrationslagern waren. schließlich trifft er zwei Schwestern, die aus Bergen-Belsen zurückgekehrt sind. Sie erzählen ihm von den letzten Tagen, die Anne und Margot durchmachen mussten, und von ihrem Tod. Anne und ihr Tagebuch Annes Vater erzählt Mieb, was er über seine Töchter erfahren hat. Mieb geht zu ihrem Schreibtisch und öffnet eine Schublade. »Das ist das Erbe ihrer Tochter Anne«, sagt sie. Sie gibt ihm das Tagebuch, die Hefte und die losen Blätter. Der Vater ist sehr ergriffen und kann sich das alles nicht sofort anschauen. Erst Wochen später fängt er an zu lesen, immer ein Stückchen. Er ist schwer beeindruckt, und er stellt fest, dass er seine Tochter nicht wirklich gekannt hat. »Das war eine ganz andere Anne als die, die ich gekannt habe«, sagt er später. »Ich hatte keine Ahnung, dass sie so tiefsinnig war und so starke Gefühle hatte.« Der Vater beschließt, das Tagebuch seiner Tochter zu veröffentlichen. Anne selbst wollte das auch. Er versucht, einen Verlag zu finden. Doch das ist nicht einfach. So kurz nach dem Krieg möchten die Leute nichts über das vergangene Elend lesen. Sie wollen lieber alles vergessen. Erst zwei Jahre nach Kriegsende erscheint Annes Tagebuch. Es bekommt den Titel, den Anne sich selbst ausgedacht hat, »Das Hinterhaus«. Das Tagebuch hat großen Erfolg und ist schnell ausverkauft. Alle sind begeistert. Es folgt eine Neuauflage und noch eine und noch eine. Es wird in über 65 Sprachen übersetzt. Es erscheinen Theaterstücke und Filme. Und das geheime Versteck wird ein Museum. Millionen Menschen auf der ganzen Welt erfahren, wer Anne Frank war. Ein ganz gewöhnliches Mädchen, das das Pech hatte, Jüdin zu sein. Und das Pech, das Hitler Führer von Deutschland wurde. Und das Pech, das die Menschen im Hinterhaus verraten wurden. Aber eine Sache an Anne war außergewöhnlich. Sie konnte schreiben. Sie konnte gut schreiben. Der Verräter Natürlich möchten alle wissen, wer die Menschen im Hinterhaus verraten hat. Annes Vater wollte das herausfinden. Mieb und ihr Mann Jan wollten es wissen. Und auch die anderen, die den Untergetauchten geholfen haben. Aber sie haben es nicht herausgefunden. Später spielte es für Otto Frank keine so große Rolle mehr. Was passiert ist, kann man doch nicht rückgängig machen. Wichtiger ist, dass wir etwas daraus lernen, sagt er. Doch andere sind da anderer Meinung. Viele Menschen haben alte Archive durchsucht. Und einige glauben zu wissen, wer der Verräter ist. Da ist der Mann aus dem Lager. Die Frau, die im Büro an der Prinzengracht sauber machte. Ein Bekannter von Annes Vater wird genannt. Doch es gibt keine Beweise. Es kann genauso gut jemand anderes gewesen sein. Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, wer es war. Die Frau. Die Frau. Die Frau.